hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge scum so wir legen das ganze zeug ins auto was wir gestern so gefunden haben verdorbene milch ja war schon einiges an küchenutensilien auch dabei aber in wirklichkeit ich will das so das ist doch öl und keine butter oder und katzenfutter haben wir also wenn wir mal eine katze haben ja das kannst du auch essen ja ja klar gar nichts essen ich kann alles essen auch schießpulver der nachgeschmack ist unangenehm rasierklingeln essen wir auch ungesund so wie gestern versprochen jetzt wird ein wenig durch die stadt gegrüßt stadt gegrüßt jetzt wird ein wenig stadt gegrüßt schauen wir mal so wir fahren da runter durch den park oder nein wir fahren nicht durch den park moment so weiter richtung süden dann vorne wir nehmen die abzeigung nach süden so hier sind die wohnblocks wir mal gesagt wir wollen ein haus das anders aussieht so wir wollen nach süden jetzt können wir euch ein wenig auch nach osten auch schauen so hier sind niedrigere sind niedrigere wohnhäuser interessante wohnhäuser da könnte man die ganzen küchen raus was steht da straßennahme ok und viel schrott läge da herum da ist ein shop so in den shop gehen rein da hinten da ist auch ein shop hier so ein kaffeehaus oder so befürchte zwar da ist niemand mehr drin nichts mehr drin nicht niemand versuche ich da oder sie super ein weiter probier ein traum wird wahr ein weiter probier so das haben wir durchsucht das ist leer gut im lagerraum vielleicht noch im lagerraum ein wenig müll abgreifen knoblauch das brauchen auch für irgendwas oder das wird super genau für den eintopf und wir haben auch noch mehr kaputte milch super so dann schauen wir noch da in wirklichheit bei euch öl ich hätte gerne öl jack daniels oder was ich meine es gibt viele andere whisky tatsächlich ja da wird die gute weitrad noch ein wenig mehr spaß dann haben so ok kaffeehaus ein wenig abgelaufene milch und so alles gut was auch ein thema mit alkohol hier oder so schauen ob von rechts keiner konnte außer der zombie da du könntest wieder schießen ja das könnte ich wohl jetzt hat er mich gesehen oh mein gott er hat mich gesehen aber er schneller ich brauche irgendwas was schneller schlägt und es steht auf und es fällt um so was hat er die gute dame ups nägel wo trug sie die nägel so kann ich das im dunkeln zerschneiden und ist dann noch gut wenn ich das zerschneide ich habe eine gute schere eine plastik schere so die sind leider alle schmutzig die lasse ich alle liegen das nämlich mit das nämlich mit vielleicht wegen seil aber ich werde irgendwo gute lumpen auch finden weil ich habe gute lumpen irgendwo da so einmal aufstehen also wir luten die geschäfte ich vergesse sicher wo mein auto steht das sind ja überall geschäfte rundherum auf der seite das sind ja überall geschäfte oh mein gott so ja dann werden wir mal shoppen machen wir machen heute einen shopping tag shopping tag shopping tag ein haarband weithaut freut sich über haarbänder so als nichts drin machen wir das nächste da ist der stiegenaufgang aber hier sind ein geschäft schon rein hallo was verkaufen sie schönes ein objektiv wunderbar was ich mit diesen objektiven mache weiß ich auch nicht so • da 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 da… Hallo! Verkaufen sie hier was Schönes? Nö, auch nicht • Mö – Ohe – ein neues Haarband! So … nehmen wir natürlich gleich mit So was haben wir da drin, nix und da nix… Und da dödödödödÜ EYES Und schon wieder zumachen Und da ist wieder so ein Stufenaufgang. Da, da, da. Da ist mein Wagen. So, da gehen wir rein. Nö. So, Kaffeemaschine geht ja nicht. So, da können wir suchen. Da können wir was vielleicht, wenn wir Glück haben. Was ist denn das? Ein Milkerriegel. Ist das Milker? Schokolade. Also, es gibt ja ganz viele andere Schokolade. Ich muss das immer, weil ich gehört habe, dass da offenbar irgendwelche Leute dann immer meinen, ja, das ist Werbung, da wird Werbung gemacht. Nein, aber wenn das Ding aussieht wie ein Milkerriegel, dann immer zu sagen, man kann das nämlich dann verhindern, diese Unterstellung, das ist Werbung. Also, verhindern, die Unterstellung kann man nicht verhindern. Aber, dann kann man zum Beispiel sagen, ja, es gibt andere Schokolade auch noch, die gut sind. Oh, ein Haarband. So, hm. Ich glaube aber, das war's dann. Ah. Gewürzblock. Der ist sehr gut. Jetzt wollen wir noch Öl. Was Neues. Öl. So. Ich glaube, das war's aber jetzt, oder? Weil da waren wir drin. Da waren wir nicht drin. Nein. 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 Ich liebe mir. Na. Immer. Gib mir deine Kleidung. Dein Motorrad. Da hinten steht ja einer. Du hast nur schmutzige Kleidung, mein Junge. Und du brauchst sie sicher nicht mehr. Was essen? Oh ja. Da zum Beispiel. Also meine Assoziation Pringles. Ein Fleischschneck. Ein Fleischschneck. So. Checktaste. Fleischschneckwürzig. Kann man den so essen? Ich würde ihn gerne so essen. Aber ist das gesund? Es ist Zombie-Apokalypse. Du kannst nicht fragen, ob es gesund ist. Ich werde ein Schwein. Drüben in dem Kaffeehaus waren wir auch. Gut, dann räume ich das Auto ein und fahren weiter. Wir cruisen durch die City. Gewürzblock, super. Whisky, auch super. So, Knoblauch, da freue ich mich auch schon sehr. Weil das brauchen wir ja für diese Eintopf- Eintopf-Mischung. Hm, 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 hm. So. Ja. Alles rein. Vor allem den Whisky auch. So. Und ja, ich habe nicht vergessen, dass wir noch immer die drei Kisten auszuleeren haben und dann zurück zur Fahne zu bringen. Aber, äh, ja, wir werden noch Baseball machen, aber vorher will ich unbedingt Öl finden. So. Wahrscheinlich liegt das eh irgendwo rum. Wir schauen noch mal auf die Maps. Zum Wohnhäuser hier. Und da kommen wir vorne auf eine Straße. Da biegen wir dann links ab und fahren so durch die City. Also wir kommen auf eine Straße, da ist überall Straße. So, da sind wieder so Geschäfte, aber da fahren wir vorbei. Oh, was ist denn das für ein Haus? Okay. So, ist so. So, schauen wir mal. Vielleicht hat er irgendwas, irgendwas Sinnvolles. So, nö, nicht. So, aber weil wir gerade da sind. Da ist ein Haus. Hallo. Ich glaube, da ist ein Zombie gewesen. Darf ich mal ihr Telefon benutzen? So, diesmal schon der Kleiderhaken, weil eine Mundharmoniker und... ...die MMA-Handschuhe. So, die guten MMA-Handschuhe. So, was hat er im Nachkastel? Nix hat er. So, wo ist das Telefon? Ich habe einen Zombie gesehen. Ich muss das der Polizei berichten. Ähm, wieso kann ich nichts in Lumpen zerschneiden? Oh mein Gott. Okay, aber dann nehme ich es zumindest mit. So, und hier? So, die Küche. So, die Küche. Weiß das. Weiß das Käse. So, super. Die Küche ist Wahnsinn. Sonnenblumenkerne. Alles essen. So. Mal schauen wir mal. Okay. Das füllt gut den Magen auf. Wieso ist das rot, wenn es 123% ist? Na ja. Da, da, da. Da, 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 da. Haben wir schon. So, da waren die Nägel drin. Hier ist eine Toilette. Oh, eine Clowns-Maske. Na, wir lassen das mit den Masken. Habe ich schon entschieden. So. Mit Blick aufs Auto. Eigentlich könnte ich hier. Ich könnte meinem Haarndrang nachgehen. So. Weitraut. Mach mal. Ja. Nur nichts sehen. In Kinderfreundlichkeit. Ja, so wie Apokalypse ist immer kinderfreundlich. So. Jetzt geht's. Danke. Das hast du gut gemacht, Weitraut. So, was ist da drin? Nix. War da noch was drin? Nix. Und da? Nix. Gut, dann würde ich sagen, da daneben war auch noch was. Okay. Hallo? Kein im Office? Ja, ja, da ruft einer. Oh, kein im Office. Nicht mal ein Haarband. So. Das ist auch anscheinend saft wahrscheinlich oder sowas. Essig. Essig. Okay. Kann ich mit Essig auch kochen? Wahrscheinlich irgendwas. Na gut. Essig ist mal besser als nix. Okay. Dann schauen wir doch mal vor. Was liegt denn da? Nix. Müll liegt da. Kann ich da? Kann ich da nicht? So. Und reinkriechen. Und aufstehen. Jetzt tanzen wir am Tisch. Endlich mal. Ich höre da tatsächlich ein Schwein. Es ist ein Küchenschwein. Herr Bald. Wenn ich die Gewürze habe und das Öl, dann wird es mein Küchenschwein sein. So, da oben steht eine Schachtel. Ein Schachtel Köfferchen. Ist natürlich leer. Nägel. Oh, wie cool. Was haben wir da drin? Ein neues Zippo. Da dahinter steht er. Der Master Zombie. Ja, das ist sauber. Oh, ja. Eine Pyjama Hose. Eine gute Pyjama Hose. So. Will ich da rauf? Ich weiß gar nicht. Will ich da wirklich rauf? Ja, viele Kisten, aber eine Spitzhacke, die brauche ich nicht. Ja, nein, nein, nein. Salz hat sich schon ausgezeigt. Hm, 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 hm. So, schaut. Das Küchenbrett lasse ich jetzt mal da. Wir haben echt viele Küchenbretter. So. So, schnell noch ein Spiegelcheck. Sehr gut. Ist das ein Schwein oder so ein Reh? Hm. Hm, 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 hm. So, dann waren wir da drinnen. Da sind die Wohnungen. Wohnungen machen wir jetzt mal nicht. Haben wir ja eine Zeit lang genug Wohnungen gemacht. Wo kommt der her? Ja, ich weiß. So. Und ein Messerchen. Ein Messerchen wollte ich eh haben. So, da liegen noch die Reste vom anderen. Das hat seinen komischen Hinterhengang. Gehe ich mal da noch hin? Sind aber auch nur Wohnungen, oder? Ja, das sind nur Wohnungen. So, Wohnungen machen wir vorerst nicht. Oh, ist aber schön, die Stadt hier. Also, mir gefällt's. Ich meine, ein wenig zombie-mäßig, aber... So, wir schauen mal auf der Map. So, und wenn wir in die Richtung... Ist da die Hauptstraße, oder da? Hey, da ist ein Kondom. Okay, Zebrastreifen. Wir parken genau am Zebrastreifen. Super. So, in das Kondom müssen wir natürlich ein. Hallo? Ist da jemand? In jedem Gang kann da theoretisch jemand liegen. Okay. So, in jedem Gang kann da theoretisch jemand liegen. Faden kann da auch überall sein. Überall kann Faden sein. So, wir schauen nochmal. Verletzung. Krank. So, dann machen wir das mal mit dem hier. So, mitten im Kondom zerschneiden. Wie ein T-Shirt. So, und die Pyjama-Hose. So, die nehmen wir alle mit. Super. Was ist denn da mit der Kasse? Ist da irgendwas? Nö. Lagerraum, oder? Hintertür. Es ist die Hintertür. So, wir haben ja Gott sei Dank am Zebrastreifen geparkt. Es ist doch ein Schwein. Ja, ich könnte es töten. Mir fehlt das Fett. Also das Öl. Was ist denn das? Ein Büro. Gehen wir mal ins Büro. Jetzt habe ich ein Messer in der Hand. Das kann ich ja wieder da... Ah, das ist um ein Stückchen größer. So, Moment. Aber ich möchte gerne den Vorschlaghammer auf 1 und die Flinte auf 2. Da ist das Büro. Da liegt keiner am Boden. Ausnahmsweise liegt im Büro keiner am Boden. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir was Tolles. Ja, ist auch gut. Hätte jetzt nicht sein müssen, aber... Wenn wir schon da sind. So. Nö. Will ich nicht. Schreibtisch hier. Oh, super. Sicherheitsnadel ist das. Oder eine Schachtelsicherheitsnadel. So. Haben wir alles auseinandergenommen. Sehr gut. Da, da, da. Dann waren wir im Büro auch schon. Ach, wie schön. Ach, wie schön. So, dann fahren wir da mal die Straße lang. Ach. Weiter halt. So, Moment. Nein. Genau, die Straße. Am Spielplatz, da spielt noch ein Zombie rum. Okay, der braucht einen Spielgefährten. Ich sehe das. Der braucht einen Spielgefährten. Hi. Ja, der braucht das. Der braucht das. Au. Zombies am Spielplatz. Wir spielen Zombies. Ach, nur ein grausliches Gwand. Ja. So. Ja, ich höre zwar wieder einen, aber Plan heute war ja Mai durch die Stadt cruisen. Da sind aber auch überall Geschäfte. Meine Hoffnung ist ja noch immer, dass in Geschäften Öl zu finden ist. Komm, wir machen noch diese. Okay, der kommt jetzt runter. Okay. So, ja, du kommst langsam runter zu mir. Ich schaue da bald in die Geschäfte rein. Oh, da liegt ein Mann, ob ich den erschießen kann. So. Wo? Ach, der steckt da hinten fest. Der Arme. So. 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 Und der steht nochmal auf. Einmal noch. Einmal noch, komm. Der Arme. Jetzt hat er sich mit der Hand auch noch da drinnen verfangen. So. Ist das Öl? Ist das Öl? Nein. Es ist Limittenbrause. So. Haben wir da Müll was? Nö. Ein Fläschchen Wasser. Und auch so. So. Besser. Der von drüben ist noch immer nicht da. Achso, der geht da schon. Naja. Ui, ui, ui. Ja, komm raus mal. Ja, komm. Ja. Kannst du nicht springen? Au. 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 Der Arme kann nicht springen. Oh. Einmal noch. Er ist aus Metall. Es ist Iron Man. So. Aber tot ist er noch lange nicht. Er will uns sagen, wie alt er ist. Na, komm vor. Boah. Cooles Image. So. Hi. Gut. So. Siehst du? Kondi ist die Tür offen. Können wir spielen miteinander? So. Zieh mal aus, die Klamotten. Da, 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 da. Ja. Alles schmutzig. Alles unbrauchbar. Oh. Wundenversorgen. Wir haben enorm viele Wasserfläschchen, glaube ich. Ah, ist aber gut so. So. Stoppwechsel. Alles gut. Alles gut. Und krieg Phase 2. Nein. So. Da, da, da. Da, da, da. So. Wir suchen da mal ein. Nichts. Wir können jetzt Wasser trinken, aber... Nö. So. Oh, ein Objektiv. Jetzt reicht's mal. So, was haben wir da denn? So, da gehen wir wieder raus. Und da gehen wir rein. Ich will unbedingt essen. Gib mir Essen. So, da liegt nix rum. Kaffeemaschine geht nicht. Äh, dieser Kaffeeautomat. Oh, ein Lagerraum. Was wird denn gelagert im Lagerraum? Ja, was machen Sachen? Schrott wird gelagert im Lagerraum. Super. Da, 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 da. Da, 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 da. Ach, ja. Wann haben wir das da noch? Nein, geht nicht. Oh, mein Haarband. Ja. Das sieht nicht einladend aus. So, dann hier noch. Hallo. So, da ist auch nix. So, vielleicht noch hin und zwei Verkaufsdingen. Nö, aber hier? Nö. Super. Ach, gut. So, das war dann mal der Trip durch die Stadt. Als nächstes machen wir auch Baufolgen. Ein wenig. Ja, keine Angst, nicht zu viel. Ein wenig. Da, 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 da. So, wir räumen das alles mal ins Auto. So, wir werden einen Stopp machen beim Weinberg. Da werden wir uns ein wenig Wein holen. Also Wein, Wein, Trauben besser. So, und dann schauen wir, vielleicht kriegen wir da auch irgendwie ein gebackenes Schwein oder sowas hin. Wobei, das Messer hätte ich gerne immer dabei. Ein Messer immer dabei. So. Auto eingeräumt. Da passt so viel rein in das Auto. Wahnsinn. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Fahrzeug. So, beim Messer habe ich kurz überlegt. So, dann würde ich sagen, ja, ich weiß, wir sind auf Überlänge, aber wir fahren mal kurz zurück. Ach, Badel. Was da wohl drin ist, eine Fabrik? Wohnhäuser. Ja, ja, ich bin ja noch immer sehr, sehr gespannt, was die ganzen anderen Gebäude hier... Oh, so viele Schaubs. Da ist ein kleiner... Ich will da reinschauen. Eine Art Fabrik. Interessant, super. So. Und überall gibt es Sachen zu finden und zu entdecken. Wahnsinn. Oh, ich freue mich so. So, jetzt müssen wir wieder langsam nach Hause. Und? Ich glaube, der Weg ist jetzt der richtige. Oh, da ist noch ein Kondom. Machen wir nächste Runde noch eine Kondomrunde? Das könnte man schon noch machen. Eine Kondomrunde noch. Und dann. Und dann aber bauen. Oder? Ja, komm. Einmal noch Kondom. Einmal Kondom. Immer Kondom. Oh, ich habe die Kondom-Card. Oh, ich habe die Kondom-Card. Da hat er mich aber überrascht, der Dicke. So. Ja, ich glaube aber, da ist jetzt nichts mehr. So, in zwei Minuten Abwurf. Ja, toll. Aber es ist überlänger. Es ist immer überlänger. Verdammt. Da war ja schon einmal die Aussage, ob ich es denn überhaupt schaffe. Ja, komm, Racktaul. Ob ich es denn überhaupt schaffe, 20 Minuten einzuhalten. Diese 20 Minuten Regelung. Okay. Wir machen nächste Folge einmal noch Kondom. Und ja, dann bauen wir wieder. Oh, ich freue mich schon aufs Bauen. Bis dann. Tschüss.